Musik 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 Das muss gebaut werden, das muss gebaut werden Wer hier jetzt noch wisst, wie ich meine Schnauze vorne hatte Glaubt ja nicht ganz normal Gerade Das weiß ich nicht Hast du mir, na super Du hast mir sogar mein blaues Lichtchen weggeschossen Ich schieße das Licht aus Das war fast nicht mit Absicht Aha, fast nicht mit Absicht Nur mit Fleiß Nicht mit Absicht, nur mit Fleiß Aber man merkt, das Cockpit ist nicht aus gehärztem Material gemacht worden Ja, das ist natürlich dumm Das war Das wäre doch das Wichtigste, was aus gehärztem Material gemacht wird Ja, aber ich habe ja Ja, ich habe Ups, das wollte ich jetzt gar nicht machen Das wollte ich Wir sind die nötigen gehärteten Materialien dafür ausgegangen Jetzt ist das natürlich selber schuld Da da Bist du natürlich selber schuld Ich habe noch blaues Licht Du hast mir soeben das Gesicht weggeschossen Was habe ich? Gewaltsam das Gesicht weggeschossen Das ist eine klarte Lüge Und du weißt das Äh, die Löcher in meinem Rumpf hier sagen was anderes So Das ist alles gelogen Das kannst du nicht beweisen Ich möchte Ach komm schon, ich möchte einfach nur Lass mich doch den Waffenkomoter anvisieren mit C Genau Nice Damit ich Nach Mühevoller Kleinarbeit Wieder alles zusammenbauen darf So Wie gesagt, du kannst es nicht beweisen Das hat keiner gesehen Es ist ja nicht so, als würde ich nicht die ganze Tasche alles mitschneiden und so Ne, ne, ne Das hat keiner gesehen Sie werden es noch alle sehen Wie gemeint du zu mir warst Ähm Ähm Jetzt muss ich mit Ich hab's gleich Ähm Verdammt Hm Habe ich aber einen anderen Anfall noch Äh, Einfall Ja, ich hab einen Anfall Scheiße Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen Wäre mir jetzt gar nicht angefallen Ich weiß Wäre mir jetzt gar nicht angefallen Ich hasse nicht so Ich hab Oh Das ist noch was zu Jetzt einfach eine doppelte Reihe Für die wunderbare Sicherheit Die wir ja Wie wir feststellen konnten Kaum vorhanden ist Jetzt schon Jetzt auf jeden Fall Okay Weißt du Das war ja alles mit Absicht um äh rauszufinden wie sicher dein Schiff ist Und wenn es gegen mich besteht äh Dann ist es sicher Ja Ich bereite schon mal die nächsten äh Kanonen vor Junge Junge Was passiert denn jetzt eigentlich wenn ich Mit 400 Schaden auf Äh vor allem sind ja 400 Schaden pro Rakete Hallo Handelsstation Du wirst es nicht tatsächlich Handelsstation angreifen Das wird mir nie einfallen Ja Wer sagt denn sowas Das kannst du nicht beweisen Ich warte nur darauf bis die Händlerglide kommt und dich nieder verschießt Das soll ich aber versuchen Wollen wir Krieg anfangen mit der Händlerglide? Nee Oh ich guck mal wie viel ich von diesen Asteroiden zerschießen kann Wie viel davon noch übrig bleibt Nachdem ich da drauf schieße Oh Gott oh Gott Was ist jetzt wenn ich hier jetzt noch gehärtes Makarbe hinbaue? Oh scheiße Ich muss euch das hier auch noch komplett fick machen Äh okay Von diesen Asteroiden Mhm Ist ein Krater übrig geblieben Was hab ich denn hier? Ach ich hab da Ja Ähm Ich würde mal sagen die Raketen sind äußerst effektiv Ähm Wo 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 is er denn? Wo is er denn? Hier hinten bei mir Oh fuck Ich seh es grad Schieß doch nochmal Ich warp mich mal jetzt hin Ah egal Okay schieß mal drauf Ich seh nix Ja du siehst nix Ich seh Tragge ich da nicht da? Moment Guck hin Achtung ich guck ich guck feuer okay da waren doch damit auch das muss ich da muss ich gleich mal mitmachen ich glaube guck hier kann man noch ich würde liebend gerne genau hier den klotz erneuer bau ich glaube es müsste durchgehend aber da wird es jetzt erstmal schluss für mich jetzt du zerstörst mein schiff und machen einfach schluss ich habe das schiff noch nicht zerstört ich habe es angekratzt willst du dass ich damit anfangen ist zu zerstören nicht im leben ich habe das gerade wieder zusammengebaut wo zum hinkau ist verschwinden sie los weg hier das ist die raumstation was auch die welcher als ziel haben das ist der gläubige abschluss heute die wird zerstört ich denn wenn ich denn er ist in der halle ich in der woche mit dieses bewohnt hau hau du musst schon warten bis ich auch da bin ich möchte auch was sehende von wo er war ich muss bremsen ich muss sowas und bremsen das ist dasraumstation und das wie ich denn kuck mal alt oder irgendwie zwischen sternen in der behalten ist zu empathische Rüstung hat. Da richte ich auch nur 170 an. Feuer! Ach, das sind ja winzige Explosionen. Hallo, ich bin doch nur ein kleines Schiffchen. Ich bin ja nicht so und baue irgendwie 5000 Raketenbatterien. Oh Gott, oh Gott. Hast du das gesehen? Das war ein Schuss. Das geht richtig schön tief rein. Kannst dich noch daran erinnern, wie lange du gebraucht hast, um da durchzukommen? Oh ja. Schauen wir mal. Mist. Ja doch, kleine Löchner auf jeden Fall. Es ist halt nur ein kleiner Kampfjäger auf jeden Fall. Du bist eben der schwere Bombe in dem Fall. Nennst du mich gerade fett? Ich nenne dich auch boberfett. Okay, jetzt reicht's. Mit was? Hä? Was hast du vor? Ich hab gar nichts vor. Okay, ich hab jetzt durch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Hüllen durchgeschossen. Bitte was? Na hier, siehst du das? Das sind sieben Lagen. Das heißt, wenn ich den Piraten die die Rüstung du schiehst einmal drauf und fetzt den einfach alles weg. Ja, wenn ich wenn ich den Schild drunter schieße mit der Gatling Gun und dann mit den Raketen drauf ist mit einem Schuss in die Gegend. Also vorausgesetzt ich treffe. Ja, das wäre eventuell hilfreich, wenn du treffen würdest. Ja, es sind halt keine gelenkten Raketen. Es ist eigentlich Verschwendung, dass wir das hier jetzt zerstören, aber Ähm hast du eigentlich recht? Das könnten wir eigentlich alles abbauen. Äh was soll's. Ich hab genug Geld. Ich hab eben noch über 2,7 Millionen. Echt? Ja. Ich hab nur noch 1,6 Millionen. Oh Gott, oh Gott. Ich finde es so lächelig, ich krieg bei dir keinen Schaden an. Hast du gerade auf mich geschossen? Das fünfte war hintereinander und du nimmst einfach keinen Schaden. Ich schau gerade deine Hütte an. Da ist nix. Junge, Junge. Halt mal stehen, ich komm dir schon hinterher. Hä? Hä? Piu piu piu. Zu Krieg? Für Spartakus. So, Raketen auf die Raumstation, Feuer frei. Wenn sie mal... Hallo, Feuer frei. Was willst du eigentlich? Junge. Nein, nein. Zwing mich nicht dazu. Du bist schuld, du hast angefangen. Ich hab nicht angefangen, du hast gerade die ganze Zeit auf mich geschossen. Hey, 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 hey. Da fängt man gerade, wo ist eigentlich über unser Shop hin? Ähm. Wir bräuchten nämlich so einen kleinen Speicherpunkt. In die Richtung. Ich bin wie so ein Sektor durchgesprungen. Ich brauche... Also, drehen muss ich mich wirklich nicht. Also im Kampf... Du bist einfach die mobile Station und ich bin der, wo du rumfliegt. Du musst in die Nähe gehen und ich muss einfach gucken, dass die Abballer bevor sie in meine Nähe kommen. Ja. Zum Glück weichen die noch nicht aus jetzt. Ich sehe... Oh, Mann. Dann bin ich nicht reingerauscht. Was machst du denn da auch? Ich komme jetzt gerade mal auf 86 Sachen. Oh, danke. Wo auch, Kondition? Heidewitzker. Du bist irgendwo stecken geblieben. Ja, in dir. Lass das. Ja, jetzt soll ich jetzt abbremsen. Oh Gott, 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 oh Gott. Achso im Spawnpunkt haben wir eh hier besetzt, gell? Ja, aber ich speicher trotzdem wieder nochmal. Sicher ist sicher ist sicher. Das stimmt, das stimmt. Kannst du aufsteigen? Choo-choo. Mal gucken, hab ich da Alice Schaden genommen oder ich ne. Achso, ich kann wieder mein Zeug kurz verstauen, wieder. Wir müssen jeden neuen Laden finden, damit ich mehr Raketen, also meine Raketen schützen kann. Dann haben wir wahrscheinlich noch Antriebe oder sowas. Also Antriebe habe ich ja einige. Oh Gott, Radiations. Also du bist gerade weggeflogen. Ja, ich bin außerhalb der Reichweite meines Gravitationsfeldes gekommen. Ah, okay. Gut. Exit game. Yes. Speichern. Und kurz noch mal rein ins Schiff. Also ich bin froh um das Gravitations-Toll. Auf Wiedersehen. tork. GoPro. solic.